und herzlich willkommen hier der folge hier hier in thüringen ja hier ist ja ein stau hatte mir kurz entschieden eine pause zu machen und amort zu essen hier stelle ich fest da zwei da zwei gut beziehungsweise nicht gut aber das problem lässt sich lösen in ein paar mal zurück heute wissen mehr wahrscheinlich haben die sich irgendwo hier gespät oder zu früh oder fast zur gleichen zeit wie erschienen dass sie praktisch nicht vorbei konnten ihr muss unterschauen das ist an und silo erst mal verteile zu so stehen lassen er ist auch voll muss auch warten der ist nochmals zum mais fahren lassen im maisfeld da sind wir vorbeifahren 13 uhr mal sehen wie es denn da kommt mir wieder mit dem biogas ich brauche einen radlader sonst brauchen wir nicht anfangen wir hatten aber deswegen weil es eine silo ist ballon nämlich gut gefüllt für links und rechts fahren ist natürlich etwas ungünstig so was kriegen wir jetzt an rechnung 215.000 knapp wirst du jetzt mehr wenn du die biogas anteile da wird das nicht gut so so die bildung müssen hier links und rechts verteilen also die nachteile einer silos oder muss die beschulden nehmen hier also die beschuldung macht es auch nicht perfekt weil das praktisch was hoch schiebt und nicht verteilt um den sie nächsten rechts ist noch das geld was jetzt die bga einbringt jetzt geht es gut weg 215.000 geld kriegen wir normalerweise nix so packen wir zack noch nix mal vorwärts wenn es gehen würde ob keine einnahmen rein sind enttäuscht muss aber hier links und rechts verteilen kann doch hier rechts verteilen geht auch da kommt nichts rein da soll ich mal ein bisschen vorne ausgleichen da bin ich nicht ganz eifert da wird ein weiterer Brief legt vorher mal auf Fahrzeug okay da 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 vollgas rüber der zink nach der bogenbär nicht richten lassen ganz kurz verdichten und dann haben wir es aber ich habe kein geld der pilger hat nicht gebraucht noch was drinnen ja ein bisschen ging raus aber wohin ich muss noch verdichten verteilen vor allem gleichmäßig sonst haben die nächsten fahrzeuge dicke schwierigkeiten und dann habe ich das probleme hier dann entsprechen dass es nicht weiter geht so hinten mal wieder anschauen was immer der auch macht scheinlich verdichten würdeln oder sowas wenn wir ein bisschen weiter besser um so rum einmal und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den starten wir jetzt gleich wieder. Den starten wir auch. Und den checken wir los. Wo wird er hin? Werkstatt. Na, das klappt ja zumindest. Das ist ja so einprogrammiert. Da hat er jetzt einen Punkt am Hof gefunden. Kommt zwar nicht mehr recht von da weg. Weil die Auswahl zu eng ist. Aber es geht meistens auch schon so. Wir sind verrückt. Da sind die Spuren verschoben. Brauchen wir, dass keiner entgegenkommt. Mal ganz kurz hier reingucken. Nach vorne kommt keine. Wie gesagt, ich brauche nicht viel. Deswegen habe ich auch noch drei Tage eingestellt. Mal gucken, wie er klarkommt. Ja, wieso? Ja, ich muss die Wege freiräuben. Das ist auch nicht. Da muss ich mal schauen. Den Dresch anstelle. Gut, normalerweise fährt er ich nicht lang. Ich war ja dabei. Aber da kommt mir die Sache. Entschärfen, ne? Wo steht er? Wenn sie eingehen. Eingehen. Darin fährt. Gehen lassen. Da kann er gut stehen. Steht nicht auf dem Weg. Dann funktioniert das auch. Das haben wir gerade gesehen. Angekommen ist nicht. Ich glaube, ich brauche noch einen Stuhl. Ich drücke irgendwie was. Aber ganz gemein. Ich brauche ein neues Bein. Oh, weh. Scheiß. Scheiß, Alter. Ich hatte die Schwierigkeiten früher nicht gehabt. Ich lasse ihn mal leer machen. Ich kriege ihn mal ein Stuhl oder irgendwas traurig. Ja. Ich weiß nicht genau, was er damit tut. Nerv eine Klang oder irgend sowas. Wer weiß. Okay. Manuell wieder in die Spur schicken. Toll. Das ist schön animiert, ne? Ja, ohne Inspektormod wäre es manchmal schwierig. Da passt noch was rein. Dann Oh, bin vergessen. Der war auch nicht eingestellt, du. Eingestellt. Jetzt schon. Na, schon bin ich da. Na, wird erst passieren, wenn die entsprechend, äh, vermute ich mal ganz stark, dass die erstmal einen Nachfuß bekommen müssen. Hat sich leider ein bisschen verschoben, weil ich ja die 10 Kühe dazu gekauft habe, wo das eigentlich Wurscht wäre. Also die haben wir noch Prozent. Von daher gehe ich von außerhalb, dass es kein Arzt, kein Arzt, der man hat. Und dann bitte. Genau, ich bin Liebe. Ich bin für ein. Und dann kann das alles. Das ist ein, das ist ein, das und zu machen soll. Und ich bin es mir, das ist mir, das ist mir, dass ich mir richtig klingt. Und dann, wenn ich es mir, das wäre, das wäre sehr schön, dass ich mir um etwas, ich mir, etwas zu angerun. Und dann? Bis zum nächsten Mal. Und das ist mir, dass ich auf jeden Fall, dass ich mir nicht wieder mache und nicht mehr mir lege, dass es mir, dass ich mir, das ist mir schon mal an der Art oder nicht und das nicht funktioniert. Und dann, also, ich denke dafür, dass ich mir auch haben. Und dann, warum du mich merkwäck, das ist mir einfach ganz schön, was mir. wo stelle ich denn am besten hin? obwohl das eigentlich gar nicht bret ja ganz schön lang du ich bin ja gespannt ob es funktioniert wenn ich da rein kippe ob das, naja momentan hat es geklappt auch die eigene bgh du bist da ein baum oder ist voll aber ein baum wird mir nicht gewundert so, dann schicken wir jetzt den Hof und den am nächsten abfahren ja das machen wir noch mal näher, ne? das war immer schön ein paar freie Tage, die allermeisten haben das freie Tage der eine oder andere hat auch Schicht, ich hatte früher auch das Vergnügen gehabt, für eine relativ kurze Zeit, war schon eine Belastung, alle haben noch geschlafen oder, ja, Frühschicht und auch alle noch ein Bett und du selber bist losgeflüßt, ne? oder wie an Feiertagen, Feiertage hatten sie da auch nicht gehabt äh, die eigenen Leute hatten so in dem Sinne keinen Feiertag auch gehabt, in dem Sinne, da mussten sie Urlaub nehmen und wo ich dann zwischen Weihnachten neuer Feiertag war, da habe ich gesagt, was soll der Quatsch, da soll da kein Urlaub nehmen für was ist doch so mag ja sein, dass die festen Stimmen dazu haben, aber ich bin ja jetzt, äh, äh, oder war damals, äh, über Leasing und und bei mir ist das anders wenn man nicht, das Beispiel, wenn man Feiertag abgibt, da kam ich noch 100% dazu und aber auch der Tatsache, äh, konnte ich mal sagen da das fällt 7, ne? mal reinstellen wo das eigentlich wurscht ist da ist noch ein Strauch dabei das Rohr rein wo das Förderband mit der Maus daneben Fenstermodus so und leicht beaufsichtigen und ist leer und dann gleich wieder mit dem Feld Nr. 7 auch mit dem Feld Nr. 7 und dann das auch mit dem Feld Nr. 7 gut und lass auch rein fahren, so wie sie wollen oder langsam in der Kurve weil sie aber in der Dauer nachher irgendwo stecken bleiben würden ne? jetzt das Förderband aktivieren mit dem Feld Nr. 8 und dann mit dem Feld Nr. 8 mit dem Feld Nr. 8 mit dem Feld Nr. 8 auch mit dem Feld Nr. 8 und dann auch mit dem Feld Nr. 8 und dann auch mit dem Feld Nr. 8 auch mit dem Feld Nr. 8 und dann auch mit dem Feld Nr. 9 und dann auch mit dem Feld Nr. 9 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 uff das war ja nicht so Ja, wenn es so schnell ist, ist es nicht gut. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne fahren, in dem Falle. So. Einer hier? Tatsächlich. Nächsten. Eine lange Beschäftigung, wo wir hier im Rüben fällt. 7% haben wir jetzt geschafft. Wahnsinn, wo ist er da hinten? Oh. Der lässt was stehen. Das wird nicht so knapp. Aber allgemein ist ein bisschen Puck dabei. Dass man nicht allzu viel, nicht alles hinbringen muss. Aber halt den größten Teil halt. Verzeihung ist ein bisschen Quatsch. Wie lange dauert das? 5 Minuten. Aber erstaunlicherweise, wie das hier funktioniert. Da muss ich gleich mal die Wals aktivieren. Und... Warte, nix hier. Oh. Mein Bein her. Schluss mir. Wahnsinn. Rüber geht's, Junge. Der Trigger ist schon wieder voll. Sie werden Leben, ne? Ja. Und die werden zwei Wals. Hinten eine große. Hinten eine große. Und vorne eine große. Also hier sehe ich Probleme. Das dauert lange, kommen wir nicht mehr durch. Das dauert ungefähr. Ja. Ach, 700.000. Das ist zu viel. Das bräuchte mindestens... 1,5 Millionen, dann wäre es einigermaßen okay. Bei Teilen hat sich für dich das ist schon normalerweise. Das ist auch schon vorher gewesen. Ich sage mal schon Dank. Was ich heute schon... Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020